Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Klassenfrage. Wir sind wieder zurück aus der Pause und schauen uns heute mal die Klassenfrage an im Bereich Mieten. Genau, Mieten ein Thema, was uns alle betrifft, jedenfalls die meisten von uns und hochaktuell, denn die Mieten steigen und steigen und viele Menschen haben das Problem, keinen bezahlbaren Wohnraum mehr zu finden oder verlieren ihn tatsächlich. Knapp der Hälfte der Menschen wohnen in Deutschland zur Miete und allein in den letzten zwei Jahren ist der durchschnittliche Mietpreis um fast zwei Euro gestiegen pro Quadratmeter. Wir haben mal geschaut, in welchen Städten ist es denn besonders teuer. Wenig Überraschung, in den Großstädten wird es immer unbezahlbarer. In München gibt es einen Neumietpreis von 18,40 Euro Quadratmeter, aber auch in den kleinen Städten und auch vor allen Dingen in Unistädten haben wir das Problem mehr und mehr. Leute finden gar keinen Wohnraum mehr. Es geht gar nicht mehr nur darum, schön zu wohnen, sondern man findet einfach gar nichts mehr. Und oft ist es schon so, dass Leute ausweichen müssen auf andere Orte und dann pendeln oder sogar auch schon öfter mitbekommen auf Campingplätze ausweichen müssen, um dort dauerhaft zu wohnen. Also eine krass zugespitze Situation und da haben wir tatsächlich auch ein gutes Zitat von Kevin Kühnert, der der Ursache ein bisschen auf den Grund geht. Das Zitat geht wie folgt. Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum andere Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also Privateigentum an Wohnraum findet Kevin Kühnert von der SPD nicht gut. Und man muss dazu sagen, es ist schon einiges gesetzlich passiert. Wir haben eine Mietpreisbremse, die versucht, die Mietpreise einzuhegen, dass es eben nicht einfach nach oben immer weiter geht. Die wurde auch inzwischen ein bisschen nachgeschärft, weil sie eben nicht den gewünschten Erfolg hatte. In Berlin gibt es zum Beispiel Mietendeckel, der da so noch einen Schritt weiter geht und auch zu hohe Mieten sozusagen dazu zwingt zu sinken. Das sind alles sehr gute Initiativen, aber wir haben, wenn wir die Mietenfrage anschauen, beobachten können in der Vergangenheit, dass es ohne den Druck von unten, also ohne Initiativen wie auch zum Beispiel Deutsche Wohnen enteignen, eine Berliner Initiative oder aber ganz viele andere Mieterinitiativen keine Verbesserung gibt, nämlich ohne diesen Druck von unten, der da zu einer Veränderung hindrängt. Es gab auch schon seit den 90ern gibt es auch alternative Formen, es gibt Genossenschaftsmodelle, es gibt Projekte wie das Mietsohersyndikat, die versuchen, den Wohnraum vom Kapitalmarkt zu entziehen. Es gibt also ganz, ganz viel. Uns ist aber aufgefallen, was mache ich denn, wenn ich in meiner schwäbischen Kleinstadt bin? Die Mietpreise wachsen mir über den Kopf. Ich finde vielleicht auch einfach nichts. Dann sind solche Initiativen in Berlin relativ abstrakt und Begriffe wie Mietendeckel ziemlich nicht hilfreich. Und wir wollten uns deswegen mal anschauen, was kann ich denn konkret bei mir vor Ort tun und haben deshalb den Georg eingeladen. Und der Georg ist von der Bürgerinitiative für soziales Wohnen Jena. Katja, du bist auf die Initiative aufmerksam geworden. Ja genau, im Alltag ist es mir begegnet tatsächlich, indem ich von einer Verkäuferin in der Bäckerei angesprochen wurde, ob ich denn nicht wüsste, dass wir da eine Mieterinitiative haben und ob ich zum nächsten Treffen kommen will. Und ich war so überrascht, weil eigentlich ist es der Weg, wie man es sich wünscht, dass eben nicht das nur über gewisse Kanäle läuft, sondern dass ganz normal im Alltag gefragt wird, hey, weißt du schon, es gibt eine Initiative zum Mietfrage, willst du nicht einfach auch kommen? Und dann hat sie mich eingeladen zum Treffen. Und so kam ich auf die soziale Wohnen Jena Bürgerinitiative. Und da habe ich gemerkt, okay, anscheinend machen die gute Arbeit, denn so basisorientiert passiert es dann doch eher selten. Umso gespannter bin ich jetzt auch auf Georg, der uns gleich im Interview erzählen wird, wie sie das geschafft haben, das auf breite Füße zu stellen und da auch einiges zu erreichen. Hallo Georg, ihr habt euch als Mieterinnen und Mieter in Jena Lobeda zusammengeschlossen, um für eure Interessen zu kämpfen. Erzähl doch mal kurz was zu dir und vor allem auch dem Viertel, in dem du lebst. Was zeichnet das aus? Ja, hallo, ich bin Georg. Ich arbeite gerade bei Netto und bin noch selbstständig als Scherenschleif und Messerschmied und bin vor drei Jahren eben nach Lobeda gezogen. Ich habe vorher schon in Jena gewohnt, bin dann aber auch wegen der hohen Mieten in der Innenstadt raus nach Lobeda gezogen. Und genau, seitdem wohne ich in dem Viertel und das ist das größte Viertel in Jena. Da wohnen 30.000 Leute und das ist damals in der DDR noch als Arbeiterstadtteil gebaut worden. Und das besteht eigentlich nur aus industriellen Plattenbauten. Und in so einer Platte lebe ich auch. Ein klassischer Plattenbau. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was war denn der Anlass, dass ihr euch als Mieterinitiative, als Initiative dann in diesem Stadtteil gegründet habt? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Also der ausschlaggebende Punkt war, dass wir mitbekommen haben über die Zeitung, dass Jena Wohnen die Miete erhöht in ihrem Bestand. Also so in 800 Wohnungen. Das ist jetzt nicht der ganze Bestand. Jena Wohnen ist ein teilweise kommunales Wohnungsunternehmen und die haben 14.000 Wohnungen in Jena. Damit sind sie der größte Vermieter in Jena. Und die Mieterhöhung war quasi so angekündigt, dass die Leute einfach nur mehr Miete bezahlen sollen, ohne dass sie dafür irgendeine Gegenleistung bekommen. Also in 800 Wohnungen sind dann, also in 800 Wohnungen in diesem Plattenbauviertel sind dann Mieterhöhungen reingeflattert zwischen 30 und 50 Euro pro Monat ohne Gegenleistung. Und wir dachten uns, okay, wow, wir sind jetzt hier rausgezogen, um weniger Miete zu bezahlen. Jetzt geht es hier auch los. Und haben dann gedacht, wir müssen uns jetzt dagegen wehren, damit das so nicht weitergeht. Und haben dann angefangen, Leute einzuladen über Flyer. War das dann sozusagen der Stadtschuss, eure Initiative? Ihr habt gesagt, okay, wir müssen was machen. Lass mal so viele Menschen wie möglich aus dem Viertel zusammenbekommen. Ja, genau. Und zu den ersten Treffen kamen auch so zwischen 30 und 60 Leuten. Da waren wir auch ehrlich gesagt ganz schön überfordert und es ging ja auch ein bisschen drunter und drüber. Am Ende haben wir uns dann entschieden, erst mal eine Demo zu machen und einen Einwohnerantrag zu stellen an die Stadt Jena, indem wir gefordert haben, dass die Mieten insgesamt nicht mehr als 15 Prozent steigen dürfen innerhalb von drei Jahren. Bis dato waren es 20 Prozent und den Einwohnerantrag haben wir auch quasi gewonnen. Und die Demo war ziemlich gut für uns, weil da über 100 Leute waren, die total bunt gemischt aus Lobe da auch zusammengekommen sind. Und das war eine ziemlich gute Stimmung dort. Genau so, das waren so die ersten zwei, drei Monate, würde ich sagen. Und was habt ihr, was ist seitdem passiert? Euch gibt es jetzt schon sehr lange. Was habt ihr dann danach gemacht? Also es gab die Demo. Was seid ihr dann danach für Schritte gegangen? Bis heute, wenn man es jetzt mal so groß fassen kann? Also uns gibt es jetzt seit fast drei Jahren und wir haben versucht, dann einen ziemlich großen Schritt zu wagen, nämlich zu erkämpfen, dass das Wohnungsunternehmen wieder zurückgekauft wird von der Stadt Jena, weil das teilprivatisiert ist. Und wir haben dann eben durch Recherche, und das war eben auch erstmal ein großer Teil, rausgefunden, dass circa 100 Euro pro Mietvertrag bei Jena Wohnen abfließen. Das heißt, das geht an die Luxussanierung der Innenstadt, an die Bäder und an den Nahverkehr, aber auch an den privaten Teilhaber. Und wir wollten eben, dass die Stadt die volle Kontrolle über das Wohnungsunternehmen hat und dass wir als Mieterinnen und Mieter eine demokratische Vertretung, sowas wie Betriebsräte in einem Unternehmen, eben nur für das Wohnungsunternehmen bekommen und auch ein Vetorecht haben in der Geschäftsleitung. Und dass wir quasi nicht der Stadt das überlassen, sondern wir sagen, hey, was ist gut für uns als Mieterinnen und Mieter? Weil es gibt halt einen Haufen Probleme, dadurch, dass das Unternehmen privat wirtschaftlich geführt wird, gewinnorientiert, müssen zum Beispiel Leute, die älter werden, entweder ausziehen oder sich halt eine Dusche reinbauen lassen, anstatt einer Badewanne. Und das zahlen die dann mit 30 Euro pro Monat den Rest ihres Lebens. So, solche Sachen passieren bei uns. Und dann kommt noch eine Mieterhöhung obendrauf. Und da haben wir einfach gesagt, das geht so nicht. Und das war unser Masterplan, zu sagen, Rückkauf und demokratische Mitbestimmungsrechte. So, und dann können wir die größten Sachen von uns als Mieterinnen und Mieter abwenden und langfristig dort wohnen. Das hat nicht funktioniert. Vor allem, weil wir, ja, ich würde sagen, wir sind bekämpft worden. Also von der Stadt, von dem Unternehmen. Und ich würde sagen, das hat mich wirklich ein bisschen geschockt. Weil ich dachte so, wir haben das versucht, über so einen Bürgerbegehren zu machen. Das ist wie ein großer Volksentscheid oder so, nur auf städtischer Ebene. Und das wurde wirklich bekämpft. Und der Oberbürgermeister der Stadt Jena hat auch gesagt, auf Nachfrage, warum das jetzt nicht durchgeht, hat er gesagt, ich will das nicht. Die Stadt Jena will das nicht. Und der Stadtrat will das auch nicht. Und das fasst es eigentlich gut zusammen. Die wollen das nicht. Weil das die Cash-Cow von Jena ist. Da wird 18 Millionen pro Jahr werden damit gemacht. Auf dem Rücken von Leuten, die im Schnitt gering verdient sind. Und wenn ich das so Leuten erzähle, das macht mich auch wirklich wütend. Genau. Das war der eine Schritt, den wir versucht haben. Also das Bürgerbegehren. Ja, und danach waren wir natürlich ein bisschen im Loch. Also, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben das insgesamt zweimal probiert. Am Ende haben wir gesagt, es scheitert daran, dass wir nicht genug Leute sind. Und haben dann versucht zu lernen, wie man mehr Menschen für so ein Projekt gewinnt, für so eine Organisation, für so einen Kampf. Und wir sind dann auch auf die Debatte gestoßen, die es jetzt in Deutschland immer mehr gibt. So, was bedeutet eigentlich Organizing? Was ja auch in Betrieben wieder mehr passiert. Wie gewinne ich also Leute für ihre eigenen Interessen? Und wie kämpfe ich mit diesen Leuten zusammen dafür? Und da haben wir jetzt zwei Sachen gemacht. Wir haben einerseits eine Mieterzeitung rausgebracht, also unsere eigene Presse geschaffen. Die verteilen wir so alle drei Monate, 20.000 Exemplare davon. Das läuft alles ehrenamtlich. Und das andere, was eigentlich für uns am spannendsten ist, ist es wegzugehen von so einer riesigen Forderung, an der wir gescheitert sind, also dieser Rückkauf, hin zu, wir versuchen, kleine Konflikte zu finden, als Gruppe, wo wir reingehen und sagen, ja okay, wir helfen euch, euch zu organisieren und diesen Kampf zu gewinnen. Und wir nennen das, wir haben keinen Namen dafür, aber ich sage dazu immer, das sind kleine kollektive Kämpfe. Gewinnbare Ziele. Mal kurz eine Frage, wie stellt ihr denn die Forderungen, die ihr habt und auch die Schritte, die ihr geht, wie entscheidet ihr das gemeinsam? Habt ihr da so ein paar Leute, die sich damit mehr beschäftigen oder macht ihr das sehr kollektiv? Also wir als Gruppe funktionieren so, dass wir so circa zehn Leute sind, die sich regelmäßig treffen und wo wir Entscheidungen treffen. Und wenn es wichtige Entscheidungen sind, die unsere langfristige Arbeit betreffen, dann treffen wir die auch im Konsens. Ansonsten besprechen wir das, diskutieren wir das, in welches Konfliktfeld gehen wir rein, weil es gibt mehrere. Genau, so läuft das bei uns. Mit allen, die dann kommen zu den Treffen? Naja, das hat sich in der Zeit ein bisschen gewandelt. Also am Anfang kamen immer wieder neue Leute dazu, die haben wir auch eingeladen aktiv. Aber das Problem war, dass wir irgendwann so professionalisiert waren, weil wir die ganze Zeit nur von Bürgerbegehren und Rekommunalisierung und so Sachen gesprochen haben, wo man sich einfach ein halbes Jahr einarbeiten muss, dass Leute nicht mehr so richtig zu uns dazustoßen konnten. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der passiert immer, wenn man sich lang mit einem Thema beschäftigt. Und dann kommen neue Leute dazu und sagen, naja, das ist ja bei euch wie auf dem Parteitag. Und das ist ein Problem für uns. Und ich glaube, das ist auch ein Problem für ganz viele andere Organisationen, auch größere Organisationen. Weswegen wir halt sagen, wir brauchen eine Struktur, wo Leute dazustoßen können. Und das ist dann zum Beispiel eben durch diese kleinen kollektiven Kämpfe möglich. Also wir sagen mal, jemand schreibt uns an und sagt, jener wohnen will bei mir einen Müllmanager einsetzen. Und das kostet mich 30 Euro im Jahr und da habe ich keinen Bock drauf, weil ich trenne meinen Müll. Das ist auch so passiert. Und dann sind wir so wie, ja, ey, okay, wir machen das nicht für dich, aber wir sehen das Problem. Und wir können, naja, dich darin unterstützen, diesen Kampf zu führen mit anderen Leuten zusammen. Diese Person geht in ihrem Hausaufgang rum, sammelt eventuell Unterschriften, findet Leute für ein erstes Treffen. Und wir sind bei dem ersten Treffen mit dabei und entwickeln mit dieser Person und mit den anderen Nachbarn eine gemeinsame Strategie. Die probieren wir dann aus. Und vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Jetzt bei dem letzten Kampf war es dann zum Beispiel so, dass jener wohnen versucht hat, die Mieterversammlung zu sich zu lotsen. Und zwar in sehr kleinen Gruppen, was wir dann wiederum verhindert haben. Wir haben gesagt, nee, wir kommen alle zusammen. Da ging es um eine Modernisierung. Aber den Kampf haben wir zum Beispiel auch nicht gewonnen um diese Modernisierung. Aber dann haben wir dann Einzelne, wollten wir dann einladen zum Gespräch oder wie sah das aus? Ja, genau. Also das Unternehmen versucht dann genau das zu machen, was wir vermeiden wollen. Also die versuchen, einzelne Mieter ranzuholen und mit denen individuell Vereinbarungen zu treffen. Das ist für das Unternehmen total clever, weil die dann immer irgendwelche verunsicherten Leute alleine vor sich sitzen haben. Und die haben natürlich keinen Plan. Wie auch? Wenn wir aber drei Mieterversammlungen machen und die Leute informieren und dann sitzen da 60 Leute aus drei Hausaufgängen und da kommt die Geschäftsführung hin von jener Wohnen, dann sieht die ganze Nummer anders aus, weil die Leute sich besser auskennen, weil man ein Gemeinschaftsgefühl hat und der Druck ist viel größer. Und das versucht jener Wohnen zum Beispiel ganz konkret zu vermeiden, weil die genau wissen, dass sie dann weniger Chancen haben, die Sachen durchzudrücken, die sie, die mehr Profit bringen für das Unternehmen. Am Ende geht es ja nur darum. So und das meine ich mit kollektiv. Also man muss immer gucken und das ist auch unsere Erfahrung, was wir gelernt haben. Man muss immer gucken, wie machen wir den Kampf? Wie machen wir die Strategie, damit wir das gewinnen können und damit wir das gemeinsam gewinnen können? Damit nicht irgendein Anwalt irgendwo hingehen muss, um dann die Expertise zu haben und dann eine Klage aufzusetzen für alle anderen. Das ist unsere Strategie. Du hast ja auch schon den Stichpunkt gesagt, was im Organizing auch immer so ein Element ist. Wir machen das nicht für jemanden, wir machen das gemeinsam. Hast du das Gefühl, dass die Leute sich auch daran weiterentwickeln oder was hat sich so verändert bei den Leuten, die da mitmachen oder in eurem Viertel? Also ich glaube, vom Viertel zu sprechen, das ist zu groß. Das sind ja 30.000 Leute. Da haben wir, also wir sind gut bekannt. Ich glaube, das hat schon einen Effekt. Aber verändert hat sich eher was bei den Leuten, mit denen wir kämpfen und auch bei mir persönlich. Also wir haben uns alle miteinander verändert. Ich glaube einerseits bei mir zum Beispiel. Ich bin in diesem Viertel unglaublich schnell angekommen und fühle mich da wohl und zu Hause, weil ich einfach sehr viele Leute kenne und sehr viele unterschiedliche Leute vor allem. Wie gesagt, also unser jüngstes Mitglied ist, glaube ich, 21 und unser ältestes Mitglied ist 83. Wir sind also eine ziemlich bunt gemischte Gruppe und ich glaube, das prägt uns alle. Ich glaube, dass bei den Leuten, die uns kennen und uns verfolgen oder verfolgen, was wir tun und die sich bei uns organisieren, dass das schon ein Gemeinschaftsgefühl hervorbringt. Auf jeden Fall. Man fühlt sich weniger alleine in der Situation, in der wir sind. Und was sich auch weiterentwickelt, sind unsere Fähigkeiten, dass jemand einfach lernt, wie man einen Text schreibt für eine Zeitung, also eine Pressemitteilung oder so. Leute kommen mit ihren Fähigkeiten zu uns und wir haben gemerkt, jede Person hat irgendwelche Fähigkeiten. Zum Beispiel Unterschriften sammeln im Hausaufgang, weil die Person seit 30 Jahren da wohnt und alle Leute kennt und dann verbissen jede einzelne Person dazu kriegt, eine Unterschrift zu setzen für diesen Einwohnerantrag. Das ist auch eine Fähigkeit von Menschen. Und so versuchen wir, uns dann gemeinsam auch weiterzuentwickeln. Macht ihr dann so Weiterbildung miteinander oder entwickelt sich das im Machen? Wir würden gerne Weiterbildungen machen. Dazu fehlt uns aber die Kohle und auch die Zeit ein bisschen, wir versuchen das so ein bisschen untereinander zu teilen. Naja, und wenn mal eine Fortbildung ist, jetzt zum Beispiel zu Organizing oder so, dann hat auch unser 72-jähriger Rentner von Carl Zeiss bei der Organizing-Schulung von McAlevey mitgemacht. Also das passiert auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Also ein Mitglied von uns ist auch sehr krank geworden und jetzt eine andere Person kümmert sich auch sehr stabil um diese Person mittlerweile, die jetzt im Pflegeheim ist. Und das heißt, wir sind nicht nur eine politische Gruppe, die versucht, diesen Kampf zu führen, sondern wir sind schon auch einfach ein bisschen zusammengerückt als Nachbarinnen und Nachbarn. Und ich glaube, das ist viel wert. Weil es geht ja auch, also durch Corona oder so, das hat ja gezeigt, Krisen kommen sehr schnell und unvermittelt. Und wenn man dann so eine Gruppe hat, ist das viel wert. Für mich auch. Du hast vorhin gesagt, ihr hattet auch mal ein Tief. Wenn Misserfolge sind, ist das ja normal, dass auch irgendwie ein bisschen man da mal denkt, okay, macht das überhaupt Sinn, was wir hier machen? Wie geht ihr denn mit so einem Tief um? Habt ihr dann irgendwie euch da wieder auf andere Themen, habt ihr euch geeinigt? Hast du gemeint, aber was macht ihr, wenn ihr sagt, okay, wir wissen gerade nicht weiter oder irgendwie kommen wir nicht weiter und Leute wollen vielleicht auch abspringen? Wie geht ihr mit sowas um? Also wenn Leute abspringen, ist das immer ein Verlust. Aber so ist es und so, das muss möglich sein. Wir reagieren darauf, dass wir sagen, okay, warum sind wir gescheitert? Was ist das Problem? Weil am Ende sagen wir, ey, Leute vor uns haben Sachen erkämpft. Das ist heute genauso gut möglich. Was sind die Umstände? Was sind die Hürden für Leute? Warum können sie nicht mitmachen? Warum sind wir gescheitert? Okay, wir sind zu wenige. Unsere Strategie war vielleicht nicht gut genug. Dann überlegen wir nochmal, okay, wie können wir mehr werden? Können wir auf eine andere Art und Weise unsere Sachen durchkämpfen? Ich glaube, man scheitert und man überlegt, wie kann man es noch machen? Dann geht es weiter. Klingt doch gut. Was sind denn eure nächsten Ziele? Wie macht ihr weiter? Also wir sind immer noch bei diesen Mehrwerden. Und wir haben jetzt mehrere Kämpfe geführt in einzelnen Blocks von Jena Wohnen. Und da steht jetzt auch die nächste große Modernisierung an in drei, vier großen Plattenbauten, wo auch versucht wird, dass die Leute ohne Mietvertrag da einfach ausziehen. Das halten wir für falsch. Wir wollen da reingehen, Haustürgespräche führen und die Leute informieren und dann zu einer Mieterversammlung einladen und versuchen, das Gröbste von den Leuten abzuwenden. Das ist so ganz konkret das, was ansteht. Gleichzeitig führen wir aber auch eine Diskussion darüber, was wir kurzfristig, mittelfristig und langfristig erreichen wollen. Und das ist tatsächlich ziemlich konkret. Wir wollen einfach in den nächsten Jahren verhindern, dass es Mieterhöhungen gibt. Dann wollen wir mittelfristig erreichen, dass der Wohnungsmarkt mehr und mehr gemeinnützig organisiert wird. Und ich glaube, langfristig wollen wir einfach, dass Wohnen gar nicht mehr vom Markt geregelt wird. Ohne Profitorientierung. Jeder Euro, den Leute zahlen für die Miete, fließt in Neubau oder fließt in die Sanierung des Bestandes. Punkt. Da gibt es keine Gewinnabschöpfung mehr. Und dann kann man nämlich auch Wohnungspolitik und Wohnungen bauen für die Leute, die Wohnungen brauchen und auf die Art und Weise, wie sie sie brauchen. Und nicht irgendwelche Luxusdinger und noch größer und so weiter und so fort. Und dann noch Kohle abziehen. Da sagen wir, das muss aufhören. Und da wissen wir aber auch, dass wir dafür sehr lange kämpfen werden müssen. Aber es hilft nichts, also für mich persönlich auch, dass ich denke mir, ey, wenn man nichts macht, wird es halt nur beschissener. Das kriege ich hier ja mit. Und gerade was die Wohnungsfrage angeht oder auch die Klassenfrage im Allgemeinen, hast du es damit sehr gut auf den Punkt gebracht, auch eine wunderbare Vision aufgemacht. Jetzt mal noch zum Schluss die Frage, ich bin Mieter, ich habe Probleme mit meinem Vermieter, ich möchte mich mit anderen zusammenschließen. Wie kann ich denn starten? Wie kann ich denn da jetzt aktiv werden, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe und bisher keine Erfahrung damit gemacht habe? Was würdest du den Leuten raten? Also, ich würde sagen, such dir die Leute, die du kennst in deinem Hausaufgang oder mit denen du gut kannst und sprich mal mit denen darüber. Wie ist die Lage, wie finden die das, was da gerade passiert? Und wenn du viel Zeit hast, dann kannst du dir auch vorher schon mal ein bisschen überlegen, was wäre denn eine Möglichkeit, wo die Leute ohne viel Vorerfahrung oder so, wo du einen kleinen Plan in petto hast, so im Hinterkopf. Ich würde trotzdem in meinen Aufgang reingehen und fragen, ey, was sollen wir denn machen? Und wenn die Leute nichts wissen oder Ideen haben, die wahrscheinlich nicht funktionieren werden, wie zum Beispiel sich an die Parteipolitik zu wenden oder so, dann würde ich mit dem Vorschlag mal reingeben, zum Beispiel, wir machen einen offenen Brief von allen Mietparteien. So was Einfaches. Und dann gehen wir rein, schicken das an den Vermieter. Genau, man kann ja auch eine Doppelstrategie fahren und noch andere Sachen ausprobieren gleichzeitig. Aber den ersten Schritt machen, das fühlt sich gut an, das bringt einen zusammen. Und wenn dann der Vermieter scheiße reagiert, dann hast du ein Gemeinschaftsgefühl da, weil der scheiße zu euch allen war und nicht nur zu dir alleine. Und dann geht's los. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, ruf uns an. Aber im Ernst, wir bieten auch Weiterbildungen dazu an und unterstützen gerne Leute, die sich wehren wollen. Klar können wir das nur begrenzt machen, aber bei dem Podcast findet man ja auch unsere E-Mail-Adresse und dann kann man uns auch erreichen. Georg, wunderbar. Vielen Dank für die letzten Worte. Wir packen auf jeden Fall eure Kontakte in eure Homepage unten in die Shownotes rein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und vielen Dank für eure Arbeit. Das klingt wirklich sehr gut. Und wir hoffen, dass euer E-Mail-Postfach überquillt von Leuten, die was verändern wollen und hoffen, dass dann auch eine nachhaltige Veränderung stattfinden kann. Dankeschön, Georg. Ja, gerne. Danke euch für eure Zeit. Und ich hoffe, viele Leute hören sich das an. Und wenn sich Leute bei uns melden, freuen wir uns auch immer. Ja, so kann Organisierung laufen. Und damit kommen wir auch auf unser Zitat am Anfang zurück. Und diesmal verändern wir es nicht, sondern wir ergänzen es in der heutigen Folge. Kevin Kühnert hat ja gesagt, ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wir ergänzen, deshalb schließt euch mit euren Nachbarn zusammen und natürlich auch Nachbarinnen. Genau, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und organisiert euch. Bis zum nächsten Mal.